core gamer production willkommen auf der spielseite der macht hey you guys und willkommen zu batman alchem origins mein name ist der rockstar ich bin so und der der gute soll ich weiß gar nicht was er in der letzten folge gemacht hat natürlich weißt du dass ich hab da natürlich den joker ein bisschen auch überlistet ja wir haben gecheatet aber der joker mag cheater andersrum da kommst du her rechte seite müsste eine tür sein das level habe ich noch lebhaft jetzt in erinnerung genau dann kannst du hier weiter hoch so warte wenn du die treppe oben bist aber bitte umdrehen ganz oben dass da bitte hacken gleich schon oben stehen schwie schwie ach scheiß wir haben den reichweite dings nicht okay versuch mal und dich unter das ding zu stellen dann vielleicht schaffst du es dann wegen der distanz ach scheiße ist jetzt ärgerlich ne schaffen wir nicht dann haben wir pech dann bräuchten wir dafür die höhere reichweite ne kriegst du nicht dann scheiß drauf wir müssen ja sowieso ins hotel noch mal rein so eben fast allen werden die datenbetreuer absuchen so jetzt brauchst du den ferngesteuerten battering durchs auge werfen genau und du musst durchs andere auge wieder rein nein nein rechts rum du bist quasi im linken auge und du musst durchs rechte auge rein ach so da ist dann wieder so einen so einen kasten wo du drauf schließen kannst damit da siehst du mir schon fast ja ich bin heute nicht in der besten verfassung für batman das war knapp du willst es nur knapp machen sei ehrlich ich will es nur ein bisschen spannend machen ja so ab nach oben geh mal zurück vielleicht war da noch was da ist nichts okay hätte sein können aber hier die achterbahn des todes hat er einfach mal so im hotel aufgebaut ja warum nicht ja warum nicht kann man machen ach hier das nächste mini spiel achte darauf wie die aufleuchten 1 3 4 2 mit dem battering musste jetzt die ballons so abschließen 1 3 3 4 2 4 3 1 2 das war's er hat's geschafft doch der hat's geschafft ja da freut sich sogar der schurke drüber dass wir es mal gepackt haben da muss jetzt auf die schiene drauf und von der schiene muss jetzt nach links gleiten über das tor das andere links und quasi da drin halt kämmeln ja wollte jetzt nicht machen geh mal hier außen rum oder so du bist jetzt gerade irgendwo reingefallen wo ich noch nie war sehr gut da kannst du dich hochziehen ok von da aus kannst du wieder auf die schiene und dann einfach a gedrückt halten passt hau ihn die backen ein oh da ist ja so ein ganz gefährlicher ist das nicht bane nein das ist nicht bane als ob sich bane in joker schnitt geschmeißen würde er zählt joker ein drüber drüber endlich eine handvoll sende sie zurück in hell hau bereit Ohne Panzer und so, aber das ist das Alternativum zu Arkham City. Da gab es doch diese auf Titan, die geht ja. Und das sind die quasi. Die musste man ja auch erst irgendwie betäuben oder immer wieder hinten von hinten ein bisschen drauf prügeln. Aber da es Titan hier noch nicht gibt. Drück mal beide Sticks rein. So, jetzt kannst du prügeln. Träuchst du richtig rein. Nee, betäuben kannst du den nicht. Prügeln. Prügel, prügel. Wrestler. Batman hätte wahrscheinlich auch... Nee, den wird's bringen jetzt. Der wäre zu politisch. Ja, gut, dass wir trotzdem lachen können. Nee, äh, nicht da hoch. Ähm, oder doch? Nee. Pass auf, du, äh, genau, du musst erst drücken. War doch richtig, dass du da auch musst. Und jetzt geht hier irgendwo was auf, da kannst du wieder hier diese fengesteuerte Kralle dran schließen. Da ist wieder der Pinurple. Oh, that guy was corrupt to the core, got rid of him. That warden at Blackgate? Pretty sure he'll be facing charges after what I made him do tonight. So, you've made it to the end of my little carnival ride. Stufenanstieg, wuhu. Äh, mach mal auf. Dann holen wir uns jetzt auch das Erweiterte für, ähm, das Ding in. Äh, Unterstützungsverbesserung, glaube ich. Nee, okay, hat sich erledigt, dann doch nicht da. Äh, da vielleicht drin? Nee. Zurück. Keine Nahkampfverbesserung? Nahkampf, glaube ich nicht. Grundlegend wäre schon... Nee, grundlegend kannst du nichts verbessern. Das sind alles die Sachen, die du einfach... Ja, aber da ist doch der Kryptographische gewesen. Ja, der ist aber schon ausgebildet. Alles, was hier drin ist, hast du schon. Ja. Drücke dann so das und fertig. Das ist grundlegend. Hier kannst du nichts skillen. Nee, hier... Kampfpanzer, Kugelsicherer... Hier auch nicht? Okay, geh nochmal raus. Hä? War doch hier irgendwo, bestimmt. Ja, aber... Ist doch. Das ist eine Erweiterung. Ah, zerstöre ein Relais-Netzwerk, okay. Da wir noch kein Relais-Netzwerk zerstört haben, können wir das noch nicht haben. Was sollen wir nehmen? Äh, ja. Nahkampf, wirklich. Kampfpanzer aus. Ja, ja. Den unten drin, den Panzer. Dadurch kriegen wir jetzt das nächste Ausschaltmanöver und dann kriegen wir schneller, dass wir die Spezialdinger machen können. Fertig. Nice. Hier hat Joker wieder sehr, sehr komisch. Ach, er hat einen lustigen Sinn für Humor. Ich feier seinen Humor. Oh, irgendwie, ne? Oh, du kannst uns aus uns schlafen. Bitte. Kannst du noch diesen MTV-Spasten? Ja. Warum machst du das? Ja. So, sie... Daran erinnern nämlich. Äh, mach mal Ecken-Deckung hier. Oder? Äh, schleich dich von hinten an. Der hat ne Knarre. Was geht? Wer bist du? Ich bin hier, um zu helfen. Es gibt mehr davon. Sie haben meine Co-Tarbeiter. Sie... Sie fordern sie. Keine Worte. Ich komme zu ihnen, bevor alles passiert. Okay. Ruhig! Ich bin dabei. Ja, genau. Ich hab durch ihn geschlagen. Box ihn oben, Alter. Ja, einfach durch die Tür. Äh, hier an den Seiten ist, glaube ich, irgendwo Gitter. Da kannst du rein. Dann kannst du so Gitter ausschalten machen. Äh, mach mal Dings an. Vielleicht hat einer ne Waffe. Wär ja dann ratsam, den als erstes auszuschalten. Ein Bewaffneter. Sag ich ja. Ne, da ist das andere. Da bist du wieder in dem Gang drin. Es gibt nur einen Weg nach vorne. So, dann guck mal, wo er steht, der Bube. Ach, genau da. Okay, ausschalten. Wuhu! Der Rest prügel, prügel, prügel. Ich hab schon wieder voll Simpsons im Kopf. Der da ist sehr tricky. Das ist jetzt ein großer, gepanzerte Affe. Okay. Ein Mann, richtig? Ich hab keine Ahnung, grad. Sehr gut. Ich bin grad voll raus. Ich bin raus. Jetzt bin ich raus. Wo Eka, sie sind raus. Warum das denn? Danke, Big Guy, dass du das für uns geregelt hast. Einer hat wieder die Knarre. Einer hat wieder die Knarre nicht mehr. Den musst du jetzt, glaub ich, mit dem Mega-Betäuben betäuben. Weil der auch noch zusätzlich gepanzert ist, quasi. Nimm die Schockhandschuhe auf jeden Fall an. So, dann mach mal Super-Betäuben. Wie geht das denn? Ja, dreimal B. Mach den. Ach, hat der jetzt schon. Jetzt hast du den Panzer weg. Jetzt kannst du den normalverfüllen. Äh, uns weg, gesagt. Wrestling! Die Schockhandschuhe sind sicher. Ich muss nach dem Pfarrer kommen und stoppen den Joker. Ja, ab durch die Tür. Was denn? Helikopter. Ja, schön. Westturm, 25. Stock. Äh, warte. Da musst du irgendwie, glaub ich, durchs Fenster raus. Da, da musst du sprengen. Auf das Ding drauf. Hier gibt's jetzt gleich eine Szene. Da muss ich sagen, da hat sich Warner Bros. richtig was für einfallen lassen. Nichts geil gemacht. Also von der Aufmachung her. Oh, da hoch dürfen wir erst noch. Ich hab die Gefängel gemacht. Wirst du sehen, ich will ja nicht spoilern. Äh, genau, zieh dich da hoch. Und du musst dahin, wo das Ho-Ho-Ho ist. Ho-Ho-Ho. Schnee schaufeln erstmal hier, Alter. Ohne kack, der Typ ist so verfertig. Maybe. Ja, nee, muss doch andersrum. Da geht's nicht lang. Na, da ist die Tür zum, da ist das Ding zum Aufmachen. So, jetzt kommt eine Szene, die ist gemein. Äh, erinnerst du dich an Arkham City, der Anfang, wo wir den Scharfschützen verfolgt haben? Das ist sowas ähnliches, außer, dass sie dir nicht sagen, dass das Fenster kaputt geht. Okay. Diese Bomben sind setzten, um den 31. Dezember. Ich sollte sie mit meinem Kryptografischen Sequenzier verfolgen. Warte, warte. Okay, dann mach den... Da. Ne, drehe ich mal nach rechts. Ah, scheiße. Jetzt haben wir ihn nicht gekriegt. Äh, erzählt er irgendwas von Snowman Bombs. Supergeil. Ja, ich bin neus. Das beginnt? Nee. Wo ist neus? Ja. Aus dem Fenster raus. Nimmt er nicht. Ja. Also, nein, nein, muss warten, bis er fertig gesprochen ist. Jetzt durchs Fenster. Und anders, äh, genau. Guten Herr, ich glaube nicht. Sag mir, wir sind es noch immer noch. Ja, wir sind noch live. Das ist Vicky Vale, live von dem Gotham Royal Hotel, wo es nur eine massive Explosion gab. Und jetzt sieht man, dass der Batman aus dem Bildung von dem Blast fließt und ist irgendwie aus dem Boden von unserem Helikopter hängen. Ausgezeichnet? Ja. Hat er schon. Zu früh. Ne, der hat sich selber fallen lassen. Ähm. Leiden? Du hast, glaube ich, gerade einen Bug ausgelöst. Keine Ahnung, der hat sich gerade selber fallen lassen. Ich habe ja nichts gedrückt. Okay, jetzt kannst du dich da prüfen. Die Szene meinte ich, weil du hättest in der Zeit, wo die jetzt die Kamerasicht hatten, hättest du die Gegner verprügeln können. Ja, ich habe auch hier keine, äh, Soundsnale, gar nichts. Ich habe Vicky Vale noch im Haus. Ja, ich auch. Ja, keine Ahnung, was da schon wieder los ist. Heute ist der Bug-Tag. Ich sag's dir. Ich habe jetzt nur noch Schraubergeräusche im Kopf. Ja, sehr gerne. Ich habe, ah, ich habe Hubschraubergeräusche im Kopf. Der neue Song. Er wird, er wird die Schatzstürme. Ich habe Hubschraubergeräusche im Kopf. Im Kopf. So etwas scheiße. Die Joker-Riebergeräusche im Kopf. Ja, und die, äh, die Sprecher hier von Idioten, ja, wie auch noch im Kopf. Wie viele Sachen wie im Kopf. Ja, da muss ich nicht sein. Schwierig. Ist das das Beste, was du kannst? Ah, warte, da war wieder ein anderer Ton noch. Vielleicht kommen, die Töne hatten, die Töne hatten gerade Urlaub. Sie kommen erst nach und nach aus dem Urlaub zurück. Aber ich habe hier gerade eine Leistung, ne. Die ist unterirdisch. Muss es auch geben. Das Beste weißt du noch gar nicht. Ach, nö. Wie geil, ne. Das Beste weißt du noch gar nicht. In dem Moment auch nö. Oh, ich bin sorry. Ich habe deinen Freund zu töten. Ups, mein Schade. Ups, mein Schade. Was ein Typ, ey. So, ich weiß jetzt nur noch nicht, wo du wieder rauskommst. Wahrscheinlich genau da drauf. Da, jetzt ganze Prügel. Da, das meine ich. Ich finde die Szene an sich geil inszeniert. Ja, auf jeden Fall. Noch hier, mit Live-Zeichen und so Gotham News. Ja, das gibt ein bisschen Atmosphäre noch für den Feuer rein. Schlimmster Sturm des Jahrhunderts. Batman wurde gesichtet und solche Extrems. Finde ich halt sehr, sehr nice gemacht. Jetzt haben wir auch wieder alles an Tönen. Ja. Und eine Katze, die muss sein. Drunken Idiotas. Genau, mach die Handschuhe an. Alter, das tut weh. Ach, übrigens, wo wir gerade wieder beim Electric Kushner sind. Erinnerst du dich an die Poster in den Wonder Studios? In Arkham Knight? Ja. Da gab es doch auch ein Poster vom Electric Kushner. Das ist jetzt das Geile, wenn du die Electro-Globes an hast. Du musst die Gegner nicht erst bei Tönen gepanzern. Du kannst direkt drauf prügelen. Oh, nice gekontert. Und es kommen immer mehr. Für den einen Gegner lohnen sich die Handschuhe nicht. Das war doch mal eine akzeptable Leistung. Ja, für mich. Finde ich. Feierunabscheulich hast du jetzt gekriegt. Herausforderungen und so weiter. Extreme Gefahr. So. Hier hat er wieder schön was hingeschrieben, unser lieber Joker. Ne, du musst hier, wo das Grüne steht, da hoch. The bigger they are, the harder they fall. Try to resist and I kill them all. Here's the Gotham, turn upside down. Was? Me X-Mess day, I run. Come X-Mess day, I run this town. Ja, der Joker hat auch so einen philosophischen. Finde ich immer nice. Ich weiß nicht, in so einem Hotel möchte ich einmal einchecken. Er schaue allein wegen der Weihnachtsbäume überall. Ja, ganz bestimmt. Ja, was? Warum nicht? Also jetzt nicht mit der Achterbahn und so. Tausend Toten über dir überall rumliegen, sondern... Im Normalfall. Im Normalfall. Nicht jetzt, Alfred. Sir, sind Sie okay? Dein Geist? Ich bin okay, Alfred. Ich habe mit Psychopathen vorgebracht, aber das... Sir, ich sage stark, dass Sie den Captain Gordon in kenne. Er könnte ein wertvolles Alli für Sie sein. Aber ich brauche keine Alli. Hier auch wieder dieses, ne, der Tonfall von ihm, den Alfred halt nicht kennt. Das ist so dieses, dass Joker ihn quasi in eine Richtung treibt, die selbst Batman nicht gefällt. Ja, ja, klar. Ja, dann sagen wir auch mit dieser sensationellen Stelle. See you, guys. Und seht das nächste Mal, wie es wohl weitergeht mit Batman Arkham Knight. Arkham Origins. Tut mir leid. Leute, wollt ihr kein Video mehr verpassen? Lasst ein Abo da. Und wenn euch das Video gefallen hat, teilen Däumchen drunter. Und für alles andere sind die Kommentare below. bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.